Hey, was ist das, Mann? Schieß, Junge, schieß doch, schieß... Ey, Junge, was ist mit dir? Was schreißt du hier so rum? Ja, mein Controller ist kaputt. Guck mal, meine Spieler laufen und immer, wenn ich einen Kreis drücke, schießen die entweder gar nicht oder 10 Meter nimmst Tor. Pff, belastend. Aber wenigstens weißt du jetzt, wie sich Timo Werner fühlt. Ja, kannst du mir nicht vielleicht einen neuen kaufen, bitte? Hm, wie viel kosten denn diese Controller heutzutage? Ja, der DualShock 7 kostet zur Zeit 200 Euro. Ja, was? Auf gar keinen Fall. Du kannst meine alte PS4 benutzen. Ey, nein, die ist 1000 Jahre alt und außerdem hört die sich an wie ein Kampfjet. Ach komm, wenn du ehrlich bist, liegt es einfach daran, dass du Angst hast, FIFA 14 gegen mich zu spielen. Ja, okay, komm, starte den Kampfjet und dann holst du mich in 5 Stunden, wenn die hochgefahren ist, dann machen wir 1 gegen 1.